Doch ein Laden, wo nur Rolex-Uhren verkauft wird, guck mal, ich sag euch was, die Leute, die Jugendlichen und die Heranwachsenden machen alles falsch, weil sie kaufen sich lieber eine Rolex-Uhr, obwohl sie gerade mal die 50.000 gleich auf der Seite haben und dann haben die auf einmal gar kein Geld mehr, aber eine viel teure Uhr. Das macht doch auch gar keinen Sinn, Alter, Leute, denkt doch mal mit dem Kopf, Junge.